Ich will, dass wir in der E-Mobilität eine große Rolle spielen. Wer an Anger denkt, denkt an mehrachsige Fräsmaschinen, die alles Mögliche können. Ich hatte Glück, bei Angermaschining zu landen. Eigentlich wollten sie nur zwei Lehrlinge nehmen, aber sie haben für René und mich eine Ausnahme gemacht. Natürlich möchte ich in der Firma noch aufsteigen. Dieses Brandenburger Tor erinnert mich an eine Zeit in Berlin, wo wir eine Anlage ein halbes Jahr bis zur Produktion begleitet haben.